Aber ich denke, es wird so schneller gehen, wenn wir jetzt gemeinsam das machen. Ja, echt so. Wir müssen echt zusammenbleiben, weil sonst passiert so eine Scheiße mit Pierce und überhaupt voller Kack. Marco, Dankeschön! Oder Jennifer, wie auch immer. Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Acht Monate ist eine schöne Zahl. Ach, das ist eine nette Zahl. Acht Monate. Aura Gecko. Auf weitere acht Monate. Ja, ja, das würde mich ja freuen. Stufe 3 schon wieder. Schon nicht Tier 3-Sappen. Ja, schön. Boah. Heftig. Dankeschön. Danke, danke, Dankeschön. Na, wie geht's euch allen? Was gab's bei dir, Nessi? Was gab's denn da Schönes? Mensch. Immer wenn ich dich reden. Wunderschönen guten Abend. Hallöchen, Lycra. Miaudra. Hallöchen. Auch schön, dass ihr alle da seid. Coinspace ist auch hier. Oh. Na, Project Zero gab's. Wie geil. Muss ich nachgucken. Das muss ich mal anschauen, du. Super geil. Ja, dann machen wir hier mal von vorne, ne? Welchen Teil? Ersten? Bitte? Ich denke nicht ganz von vorne. Hä, doch. Das hat doch so viel Spaß gemacht. Achso, okay. Ich vergesse immer, dass ich Stufe 3 bin. Wenn ich es weiß, ändere ich es. Was? Wenn ich es weiß, ändere ich es einfach nicht. Ja, aber warum? Ja, aber nein. Dann deabonier mich direkt jetzt. Dann läuft es einfach aus. Dann weißt du Bescheid. Dann kannst du nächstes Mal ein anderes Tier nehmen. Achso, nein. Genau das ist immer, wo wir vorhin waren. Achso, super geil. Super, da hast du ein Checkpoint getriggert. Super, so muss das. Jawohl. Das ist alles schlitz, schlitz. Sag mal, du bist so komplett kernbehindert, Oleg. Warum greift er mich an? Ich mach keinen Schaden mehr, Reco. Äh, ja. Ich habe einen Molotow-Cocktail. So, dann habe ich Furz und Glas. Vielleicht hilft das ein bisschen. Hui, ich will schlitzen. Oh mein Gott. Genau das werde ich definitiv nicht. Ja, dann. Geh ins Auto fliegt, so steige ich auch jeden Morgen ein. Ja, ne? Auf jeden Fall. Wer ist denn Pierce, oder? Lass mich raten. Wer denn sonst? Jetzt lebt er wieder, hä? Juhu. Ich habe keine guten Waffen am Schlüssel. Nimm. Nein, nehmen wir das. Burn. Brennt. Ja, hier eskaliert gerade ganz die Leoport. Ähm, ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Alle gegen alle, jeden gegen jeden. Jeder gegen jeden, ja. Das ist sehr merkwürdig gerade. Pierce, der Lappen, der stirbt uns andauernd weg. Weil er einfach gar nichts kann. Ja, tu aber auch gleich, Gecko, gell? Ach, ich weiß, ich... Ich weiß wenigstens, wie man sich hier schützt und versteckt. Oh, lauf, 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 lauf. Oh. Per Flickflack, ja, Mann. In Caprio per Flickflack. Das wäre auch. Die Vorstellung ist super. Ja, an meiner Seite, ich gerade der gute Wikun übrigens. Der Streep das gerade auch übgespielt, das gerade zusammen im Koop. Guckt gerne bei ihm vorbei. Hier ist der Link. Da könnt ihr auch mal, ja, da könnt ihr einfach parallel bei ihm zugucken auch. Was wir hier gerade einfach... Oh mein Gott. Kasse. Noch ein heißen. Jo. Ja, Mürtrag. Ja, ja, ja. Oh, schön, schön, schön. Was passiert mit ihm? Hui! Ums. Schön. Ich sterbe gleich. Ist das Panzerbrechende Kugeln? Ja, ist es. Diese Waffe hat Panzerbrechende Kugeln. Alter, pierst du Lackaffel. Wie liebst du ihn wieder? Was, er steht halt vorm Panzer, so ein Depp. Aua. Okay, ich bin... Oh mein Gott, ich habe nichts gesagt. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Echt, du bist tot? Ich bin tot. Scheiße. Und Pierce steht einfach dumm daneben. Und tanzt ein bisschen im Feuerstrahl. Also, ich bin ja halbnackelisch. Ja, bin ich. Schau ich das sechst aus. Die Musik bei dir. Oh, Alter, ich sterbe. Ich sterbe. Nee, das ist der Gegner. Der die Musik hat. Jetzt nimm ihn halt auf. Ich kann nicht drücken. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Koop Mission on point. Das ist fantastisch. Ja, ich... Ja, er steht da vor dem Panzer. Das ist ein Deppdown. Ah, ich habe ein Krampf. Genau. Ja, ja. Ah. Ja, also in dem ersten Teil von Project Zero ist der nicht ein bisschen käsig. Was geht bei dir? Warum hast du jetzt einen Krampf? Ah, ich habe Krampf im Nacken. Oh, au. Iiii. Ah, wie kriegt man... Oh nein, wie eklig. Wie kriegt man sowas? Alter, ich bekomme sogar... Ich bekomme sogar beim Kehlkopf ein Krampf, wenn ich zu hart gehe. Was? Wie schafft man sowas? Das freut mich nicht. Ich bekomme auch Gänse, aber bin ich miese, also... Ja, das ist schon. Ich schaffe alles. Das ist sehr krass. Ich glaube ja, ich schaffe alles. Oh nein, geht's wieder? Ja, ja, passt. Dauert so glücklich lange an. So ein Scheiß. So, erstmal hier. Ah ja, in die Fresse. Jetzt kommt der. Zack. Jetzt habe ich leider meine Lieblingswaffe nicht da vorhin, die ich euch zeigen könnte, aber dann, Mann, was hat damit? Die Fischwaffe. Was, die Fischwaffe? Der ist jetzt schon wieder tot, Alter. Ich nicht. Ja, erstmal die Straße töten, weil die ist am gefährlichsten. Was war das denn? Warum eskaliert hier alles? Aber wir sind fast beim Finale. Ich kenne diese Szene irgendwie noch. Wir haben gar nicht mehr so viel. Okay. Ich glaube, 45 Missionen, glaube ich, sind es insgesamt. Und wir sind ja schon bei zwei, drei, weiß ich nicht. Der Kampf zwischen Kehlkopf und Kinn kenne ich. Okay. Okay, okay. Ja, das habe ich auch öfters. Das ist schon krass. Hatte ich noch nie, nee. Straßen sind tatsächlich gefährlich. Das ist wohl wahr. Die müssen wir schon... Ich beschnuppere gerade die Straße. Kannst du mich wieder beleben? Jetzt, Alter, nimm halt ein Gecko. Überfahre mich nicht. Nimm ein Gecko. Oh, geil. Hättest du dich extra auf mich draufgelegt? Hä? Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Ich lebe nicht. 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 Warte, kurz, 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 kurz. Jo, ich mähe den Rasen. Mähe den Rasen kaputt. Ja, das machen wir. Ich mähe gleich ganz andere Rasen. Danke. Du müsst nicht am Leben, oder wie? Nee, ich lebe nicht. Ich sterbe gleich. Danke, tschüss. Ich bin aber ich tot. Ey, gar kein Problem hier. Ja, mit dem Schallknall knall ich euch alle weg. Nein, hören Sie auf damit. Ei, 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 pierce, du Arschkopf. Was macht das Auto da hinten? Ich weiß, es ist nicht hinten sein. Oh, fuck, dead life. Ich bin schon wieder hinüber. Ich brauche andere Waffen, so geht das nicht. Wie kann ich reden, wenn ich tot bin? Keine Ahnung. Wie bist du denn tot? Darf ich so. Was? Das ist auch passant. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Was? Was passiert hier? Soll ich jetzt ab. Wiederbeleben per Anschlag, ne? Das Beste. Ach, hier sollt ihr auch mal Hallo sagen. Okay, genau. Alter. Ja, fängt die alle weg. Ja, mach ich. Mach ich. Hier geht's ab, ne? Das ist übel. Aber es macht schon auch schon Spaß, wenn es so richtig abgeht hier. Ist nicht so einfach, aber ist geil. Boah, schön. Panzer hinter dir. Pierce ist schon wieder tot, der Lappen. Ne, Oleg ist tot. Lol. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Was? Aua, au, 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 au. Schon wieder tot. Verarschen, Mann. Verpisst dich jetzt. Alter. Komm her, Oleg. Du schaffst das. Aber ich nicht. Aua, au, 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 au. Ich bin jetzt auch gleich tot. Aua. Scheiße, Mann. Ja, ich bin ein bisschen gestorben. Ich muss jetzt als Schutz zurück. Ich bin auch gleich tot. Schöne Reifen. Tschüss, Reifen. Tschüssi. Gute Reise. Ach, ja nicht. Ja nicht. Ähm, ja, ich lieg hier so ein bisschen drum. Hart am Abgehen hier. Ich will das auch spielen. Was ist jetzt? Holt's hier. Wir spielen es gerade auf der Switch übrigens. Warum? Oleg ist gestorben. Ja. Hä? Wie? Oleg ist gestorben. Ja, aber wir können ihn doch wiederbeleben. Ich hoffe, das geht ja gut. Lobster. Jura. Das ergibt irgendwie gerade keinen Sinn, oder? Wir können doch die wiederbeleben. Warum ist jetzt Oleg komplett gestorben? Ich verstehe es nicht. Das Spiel ist so ein Chaos. Ja, im Moment sowieso. Ja, jetzt wo eben sowieso alle Parteien aufeinandertreffen, geht es halt gerade richtig hart ab. Ich war das nicht. Hast du nicht gelesen? Klingel. Oleg ist gestorben, Mann. Geh weg mit deinem Kapperfest. Ich habe das nicht gelesen, 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 ich habe das nicht Was macht er denn? Nur uns in den Kopf. Diese Pflege. Heißt du nicht Olek? Nein, ich bin Rolf. Ich bin doch... Ich bin doch Gagolino-Verkäfer. Mensch, hättest du gerne Gagolino, Mensch. Ich hab da wunderbare Exemplare im Angebot. Hast du dich schon eingebaut? Ja, supergeil, Exemplar. Extra lang, extra dünn. Extra breit. Was zu haben, sie wollen nicht. Wir haben einen nicht auf der Arbe. Ah, schön. So. Wie ist es nicht tot? Hä? Was ist los? Käse! Hallöchen! Hallo, ich bin der Käse. Wolle mich sehr, ich könnte so leere nicht mehr, Rolf. Klinge in meinem Käse. Was? 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 Was war das? Ah, schön. Ähm. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Wie? Ich kann kein VTOL holen. Willst du mich komplett flicken? Ja, dann was anders. Stimmt, flicken. Wir hätten recht. Oh, jetzt, da kann ich. Ich hab' ich mir aber ganz schön nervös großes Teil bestellt. Nein! Herrlich. Back zurück. Rolf fährt Golf und Edgar fährt Ketka. Das ist ja cool. Das haben wir noch gar nicht gekannt. Ich auch nicht. Das ist so ein Scheiß. Ich bin nicht super. Ähm. Was hast du noch für einen rote Punkt im Gesicht? Zieht da jemand mit einem Leser wie... Ja. Mindestens. Das, äh, ja. Ja. Ne, ne, das ist halt, äh, das gehört zu Rolf, ne? Das ist halt, ja, ja. Und ich kann nicht, du gehst und gar nicht. So, Rolf. So, brauchen Sie Unterstützung? Ich hab' gehört. Ein Panzer ist von nöden. Hehehehehehe. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Ja. Weil ich ein Panzer hab. Lass uns bitte ein Auto übel. Okay, wer will Steepot verlassen, will er mich verarschen? Oder was sehe ich daraus? Ja. Er ist in den Flugzeug. Es ist nicht viel Zeit. Angel. Nein, ich kann ihn nicht gewinnen. Wir können ihn nicht gewinnen. Angel, warte, bis ich da bin. Verdammt. Ein bisschener Saint. Oh, ist das wirklich Zeit, liebe? Wir werden uns verraten? Big fucking deal. Ich will nicht, dass Sie sich verraten. Das nicht alles verraten. Die Leute müssen sich auf die Gefahr, und sehen die Gefahr, die du bist, an die Menschen insofern. Als du auf die Magaraac-Iran, der ganze Welt wird deine true Farbe. Ich bin nicht zu verraten, aber das ist nicht so, dass sie sich angekündigt hat, die jetzt auch vorbeikommen will. Die hat das eingefädelt. Die blöde B-Arch. Aua. Eliminiere Killband oder rette Shaundi. Was? 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 Killband töten. Nein, Shaundi retten. Ach. Was? Alter. Alter. Was? Ja, dann komm, Gekko. Nee, ich muss schon die retten. Das kannst du vergessen, Alter. Ja, dann komm. Komm rein. Wir brauchen mal einen Panzer, weil so kommen wir nicht. Ja, aber das ist die Insel. Wir müssen eigentlich hinfliegen. So. Epische Musik haben wir Musik. Ich hör keine Musik. Hallo. 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 Ach, das ist ja die Stelle, da müsste eigentlich geile Musik kommen. Das stimmt wohl. Warte mal ganz kurz. Ja, ich hör's. Ich aber nicht. Moment. Ich hab keine Musik, das ist sehr merkwürdig. Ja, aber ich hab ja Hero. Ja, eben. Normalerweise kommt jetzt Hero. Ja, genau. Egal. Egal. Voll geil, Mann. Ja. Aber die ist auch geclaimt, das weiß ich. Ja, da. Ganz leise. Ja, wie cool hat die Musik geklaut. Das müsste ja eigentlich die Finisher-Mission schon sein. Hä? Aber wir müssen andersrum. Ach so, sorry. Du weißt schon, dass wir grad einen Begleiter verlieren? Aaaaaah! Was? Was verlieren wir? Vergiss es einfach. Wir beide sind dumm im Wasser. Was verlieren wir? Oh, hä? Wo ist jetzt der Begleiter? Hallo? Eigentlich müssen die Mission neu starten. Hä? Doch jetzt egal. Hää? 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 What the fuck is... Waa? Hier geht's voll ab, alter. Komm schnell rein, komm schnell rein. Schnell. Ich muss grad telefonieren hier. Ach du willst mit Fliegerpult? Nein, komm komm intam- Ich will richtig hoch, я- Ich lass doch ne Gecko auf! Auf jeden Fall! Es ist so geil ey. Haltiges Blech, was ist da los? Was ist da los? Warum liegt da ein Panzer, warum hat Viku ne Maske auf? Die Maske ist mega alterlich Gecko kommt jetzt bitte Die haben ein Heli getötet, die Wichser Ja ich komm! Das rüscht du eigentlich! Wir müssen zu der Insel, wir müssen sowieso was zum Fliegen holen Ja jetzt soll ich wieder aussteigen, entscheid dich doch mal! Wenn du so lange brauchst, dass du unser ganz Ding abballern Wir müssen so oder so einen Flieger holen, wir kommen da eh nicht hin Ja dann lass uns doch irgendwo erstmal hin, wo man einen Flieger holt Ja ne, warum hab ich denn grad einen Flieger angerufen Der kommt doch nicht, ist alles geschlossen Ja hab ich gemerkt, ne der kam schon, aber er wurde abgeschossen Alles toll Was zieht der mich jetzt raus? Hast du mich grad wieder rausgezogen? Was ist passiert? Ja gut, dass das nicht auf Zeit ist, da sagst du was du Ich sag's dir Ja, stimmt auf alle Fälle Alter, warte mal Ja schön, dass die Verstecke nicht auf der Map angezeigt werden, das wird immer geiler Das heißt, wir können auch nicht in ein Versteck Wie wollen wir das dann schaffen? Ach so ist das Moment, wo ist Killbane? Hier ist Killbane Okay, da will ich aber nicht hin Ich will schon schauen, die retten, Alter Ja ja, das grüne Ding Aber ich hab ja keine GPS Das scheiß Ding ist doch Jetzt aber Jetzt ist wunderbar Ich bin tot Ja, hab's gesehen Alter, was für ein Boots 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 Boots, ja, das ist natürlich eine super, äh, auch Idee, ne, dass wir auch mit einem Boot, äh, das ist, äh, ja Oh nein, das ist ein Außenweg, wir hatten erst ein Haus dahin gebaut Äh, äh 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 Alter, ich kann doch gar nicht fahren, ich hab irgendwie so einen Platten oder so ähnlich Oh Gott, was willst du? Schliff doch einfach Ja, ja, auf jeden Fall Äh Wohin fahr ich gerade, ist mir egal Du musst andersrum fahren, oder? Wir hätten rechts rum gemusst Kann ich durch den Tunnel? Natürlich nicht Ich komme, Gecko Bist du öfters, du wollten, wie ca. 8, was war die Frage Natürlich bist du es nicht Nichts nach Frikunschuhe an, ja, ganz genau Das ist das Wichtigste So, auf jetzt Du fährst zu Killband Ja, ich weiß, ich hab's schon gewertet Nein, fahr doch nicht Achso, andersrum, gell Hier ist das egal Oh, Alter Wow Ich nehm da so ein Schild mit Das Schild auch mit Äh Er hat mir ein Dings rum gemusst Fahr zur Aha Ja Gut, dass sie angehalten haben Ich hatte ja auch ein Schub mit dabei, ne? Ja, genau Was ist das Bist du für ein Auto? Ich glaube, er will nicht Futter Er will dich futtern, du geiles Stück Käse Gecko Ja? Ich sterbe jetzt gleich Stirb nicht Alter, ich kann nicht Stirb nicht Alter Sind du das für Idiot? Hör mir auf Da geht mir echt Killband sowas am Sack vorbei Alter, meine ganzen Reifen sind jetzt schon kaputt Oh, ich bin tot Nein Hör mir auf zu sterben Auf geht's Dankeschön, tschüss Tudelü, ja Wichsum Alter, das ist echt nicht ohne, Alter Mh, ja Hör mir auf, wir sind hier durchgeblieben Oh, oh Bis jetzt Ich hab's geschafft Mhm Ich sah in den Kameras, was passiert Es gibt Bomben überall auf dem Monument Kannst du sie beschreiben? Ich bin nicht ein deus ex machina Er ist eine Stagssonic-Gun um die Explosiven in das Wasser Und du? Wir werden von den Surveillance-Monitoren sehen Also nicht schrauben, oder ich will sehen Right Ah, es geht Auf geht's Ich hab Hunger Ja, natürlich dürfen wir jetzt dazu rüberfahren, ist klar Wie Pikibik zur Schattel Aua Das ist scheiße Das ist glaube ich die finale Mission, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich weiß, dass die nicht viel gucken Ah, ja, genau. Spawnen, da oben. Oh, was? Oh, Mann. Geil. Ab nach oben. Sehr schön. Bomb entfernen. Oh, mein Gott. Oder mich selbst entfernen. Tschüss. Ich kann nichts machen. Was? Ich bin vor allem auch mitten in der Luft gestorben. Das war auch sehr faszinierend. Ich auch. Was denn jetzt? Wir haben es voll drauf, einfach. Alter, nee, ne? Ah, ja, wir dürfen also gar nicht da runter, einfach. Okay. Ey, voll krass. Ja, von uns kann man definitiv ganz viel lernen. Wir sind voll die Pro-Gamer, auf jeden Fall. Von der Kalle, ja. Alter. Oh, jetzt läuft die Musik. Ja, Mann. Mit der Hero, Baby. Oh, tschüss. Das ist unglaublich. Wieso bugt das? Wo soll das backen? Weil Freunde klickt auch wieder nicht da. Au, bei mir schon. Bei mir nicht. Tschüss, Bombe. Wo kannst du einlässt für Bombenstimmung sorgen. Aber nicht hier. Oh, okay. Oh, sorry. Rette mir fast das Gesicht. So, das war's, oder? Jo. Willst du auch noch einen? Zack. Nein, wir müssen hochholen, wir müssen hochholen. Ja, ich weiß, wir schauen das Schaf retten. Schauen die. Was? Schauen die schon schonen. Wo die schon schonen, schön wohnen? Genau. Will ich schon die rennen? Du kannst doch mal rennen, oder bist du irgendwie dumm? Oder bist du rennen, oder dumm? Oder rennen? Bomben entfernen. Ach ja. Machst du die, ich mach die. Super geil. I'm a hero. Guts. Was wollt ihr eigentlich? Das ist ja das schlechteste. Ähm, hier. Schutzgabe ever. Das passt so gut. Ja, auf jeden Fall. Oh, Laser im Arsch. Mann, jetzt renn halt hoch. Nein, das ist vorbei. Aua. Mein Bein ist verdreht. Ich wollte dich von hinten mal ein bisschen drucken. Oh, voll geil. Ja, ich hab den Druck schon gespielt. Ja, du. Alter. Boss. Ich lass niemanden zurückgehen. Nee, na wirklich. Was mit Link, Carlos? Ach, halt doch dein Faul. Geht das nicht? Hast du mich gerade runtergefickt? Was? Nicht dein scheiß Ernst. Ich hab's gerade gesehen. Du bist so ein Depp, Alter. Ich wollte die... Ich wollte die Dinger runterschmeißen. Du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Ich hab's gerade gesehen.